Also, wieso sind wir jetzt auch schon wieder hier? Ah ja, warte genau. Ja, warte schon. Ja? Nein, ich kann jetzt nicht, ich bin eigentlich hier in einer Besprechung. Nein, ich kann wirklich nicht. Weisst du, Leute machen das normal auch. Ja, wenn du geworden bist. Tschüss. Also, was? Das wäre jetzt auch kürzer gegangen. Du musst einfach wieder abrenken. Nein. Ich kann doch nicht einfach abhängen dann. Hm. Zeit, wieso? Keine Zeit. Siehst du, es geht. Keine Zeit. Das ist ja... Danke. Das ist ja... Du bist. Du bist. Vielen Dank.